So Leute, jetzt gibt es eine Runde Twitch am Limit und zwar hat Inscope scheinbar ein Backflip rausgehauen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ah, das hatte ich glaube ich auf Twitter schon gesehen. Okay, erst haut er hier so einen kleinen Backflip raus, aber die Ladies sind da trotzdem zu zweit bei ihm im Stream. Läuft bei ihm. Also die Insolvenz hat ihm scheinbar gut getan. Nie eine gute Idee, Revy anzurufen. Schütze, guter Call, guter Anruf beim Revy, haben wir schon. Schütze, steht schon da? Revy sollte angerufen werden als Joker. Sorry Leute, meine Nase ist schon wieder richtig dicht. Ich weiß nicht, ist momentan wieder, ich glaube ich habe Allergie. Irgendwas ist da los Leute. Vielleicht habe ich, ich weiß GLP, ich kann mal die Cam so ein bisschen so auf Palettos komische Fresse. GLP hat auch immer Allergie. Und ich glaube Hand of Blood auch. Wetten, bei mir ist es Hausstauballergie, weil ich hier nicht oft genug sauge. So. Was war denn das? Wie ist denn los? Wie geil war das denn, Mann? Wie tief sie da fällt. Wie kommt mal der Kriegers Karriere, was? Wiederschauen. Und rein. Oh man. Oh nein. Ich habe mich erschrocken. Ich habe mich auch erschrocken. Ich habe mich auch erschrocken. Aber ich habe mich angenehm erschrocken. Ich habe es so übel enjoyed mich erschrocken zu haben. Wie geil. Was? Das ist glaube ich auch, das ist jemand der dann auch gerne Horrorspiele spielt. Weil, deswegen gibt es von mir auch nie Horrorspiele Leute. Ich hasse es mich zu erschrecken. Das Problem ist, was du gedacht hast, dass der Flexschirm hat. Das ist nicht richtig, der Flexschirm hat. Hören die uns beim Wissen? Junge, das ist immer meine größte Angst. Weil man ja auch manchmal auf der Gamescom so verkabelt ist. Wenn man dann einen Bühnen auftritt und so weiter hat. Und du bist halt, du sendest halt die ganze Zeit. Und dann hatte ich mal Angst, dass man mich auch hört, wenn ich auf Toilette bin. Aber war glücklicherweise alles easy. Leute, wenn ihr irgendwann mal, wenn diese ganze Scheiße hier vorbei ist, und man wieder auf die Gamescom kann, geht frühmorgens auf Toilette. Weil gegen Mittag, Nachmittag sind die Toiletten schon so verdreckt dort. Das ist nicht mehr feierlich. Also Gamescom und Toiletten-Situation war bis dato vor allem im Business-Bereich. Wo man ja denken würde, dass die Leute... Weil, kurz zur Info, es gibt ja auf der Gamescom den normalen Bereich. Normalen. Und dann gibt es den Business-Bereich. Da, wo dann sich die Firmen treffen. Oder auch, wenn man ein YouTuber hinkommt, um Spiel privat anzuzocken. Oder nicht privat, bla bla. Aber da sind die Toiletten noch viel schlimmer. Aber da sind auch eigentlich die... Es war so ekelhaft. Es hat so gestunken. Egal. Warum erzähle ich sowas überhaupt? Was ist eigentlich falsch mit mir? Okay, Chad. Speedrun! Let's fucking go! This is it! Das war so klar. Das Team, welches von euch? Schneller mit... Ja, servus Leute. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen. We got em! Ja, stimmt. Also es kann halt passieren. Es kann alles passieren. Es ist ein Bier. Apfelsaft. Kann ich auch ein Bier haben? Erstmal schreibt ihr auf, ob ihr einen Joker möchtet. Oder? Warum? Könnt ihr uns hören? Ja. Könnt ihr uns hören? Könnt ihr uns hören? Ich hör dich gerade, ja. Es steht ein Meter weit entfernt. Könnt ihr uns hören? So. Zack, zack! Ahaha! Wehe, das wird gekleckt! Auf Mario Kart hätte ich auch mal wieder Bock. Das haben wir auch vor Jahren mal gespielt und dann plötzlich gar nicht mehr. Mal gucken. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf hättet. Ähm, ja. Okay. Weiter. Ist Sascha! Unter anderem soll der Spargeltat sein in der Runde. Gewürziger Stuttgarter. Hat riesige Nasenlöcher. Das ist, glaube ich, bekannt. Und hat mal... Ein Würfel hat pro Seite vier Ecken. Und deswegen vier mal sechs, weil der Würfel hat sechs Seiten. Vier mal sechs. Ich bin nämlich schlauer, als ich selbst wusste, aber mein Kopf hat mir die richtige Antwort gegeben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Thema 6 ist 24. Wie dumm sind eigentlich manche Streamer. Ja, aber manchmal ist es... Ja, ach, ich bin schlau. Ich möchte auch kurz sagen, wir haben es gerade. Vielleicht bin ich heute noch verschallert als sonst. Aber Paletto ist jetzt gerade 8.33 Uhr am Start. Das ist die neue Zeit hier. Paletto macht das hier morgens jetzt. Mann, was wird das für ein Video. Dieser Dennis hat wahrscheinlich gerade gehostet und hat zu seiner Community gesagt, Leute, lasst mal auf witzig zu Inscop rüber und alle in den Chat Leaks schreiben. Dennis, wirklich, du und deine Community, ihr seid so witzig, wirklich so witzig. Ich glaube ich, ich glaube ich, ich glaube ich, ich glaube ich... Kann nicht mehr, ja? Das ist so weird zu... Fuck, dude. Niederlande. Aber ich bin richtig scheiße in Flaggen. Ich, also, ich hab... Du musst mir Socken holen hier. Es ist nicht, es ist nicht kalt, aber es ist einfach ungewohnt in Socken hier zu sitzen. So lange hat der Fisch, scheiße, ey! Boah! Alter, was war das denn? Die sind so geil! So geil! So geil! Was ist denn mit ihm los? So, ein paar Probleme. Oh! Wie denn? Ich müsste... Wo ist mal... Schirm, hat er, hat er, hat Trimax nicht auch so eine 40.000 Euro, ne 60.000 oder 40.000 Euro Platin Rolex? Oder hat er die schon wieder verkauft? Ich weiß nur, dass ich irgendwann mal so ein Video davon gesehen hab, wie er, wie er so eine krasse Uhr hatte. Aber nur gut, ey! Whatever floats your boat. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Jeder soll sich mit seinem Geld kaufen, was er möchte. Ja. Ne? Ist ja nichts Schlimmes. Also... Besser, als wenn er es irgendwie für... Keine Ahnung... Alkohol ausgibt oder so. Oder Glücksspiel. Ist aber... Ne? Kein Herr, machen wir es selbst. Kann's auch. Kann's auch. Weiß ich nicht. So klein. Krass, Alter. Das war krass, das war krass. Was passiert? Du dummer... Was ist das denn für eine Sprache? Ich hab euch trotzdem ge... Ey, Alter! Ich werde nicht kommen, was passiert denn? Ja, genau so! Und wir krank das! Hanno, es heißt doch... Ananas. Ananas? Was ist dein Ernst, Kevin? Ich stell mir vor, wie Kevin hier in so einen portugiesischen Supermarkt geht. Und es können ja hier eh nicht alles immer 10 von 10 Englisch, weißt du? Digga! What do you need? How can I help you? Hello, I need the Ananas. What? Ananas. Ich hab dich ja nicht mehr als ein Dinges. Oh. Oh, Jörg. 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 Das war aber auch echt gut. Das ist jetzt... Hier kommt gleich wieder was. Hier kommt gleich wieder was, ne? Hier kommt gleich was. Nee, 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 ich gebe ganz weit weg. Ja, 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 und da kommt jetzt? Ja, da kommt jetzt was. Ja, 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 das war's nicht wahr. Das war Ja, ist alles gut, ja. Ja, äh, äh, so eine Scheiße, da kann ich ja gar nicht mit. Ich hasse es. Wie gesagt, ich hasse es, mich zu erschrecken. Aber wir haben es alle überlebt, oder? Leute, seid ihr noch da? Wenn ihr noch da seid, Abo, Like dran lassen, hier. Das marks. Bis zum nächsten Mal.